...attest ausstellt, ist ein Schwubler, ein Querdenker, ein Reichsbürger und ein Nazi. Punkt aus Ende. Und die werden wir alle mit aller Härte bestrafen, denn bei der nächsten Pandemie, die wir schon wieder planen, werden die sich nicht wagen und getrauen, noch einmal Atteste auszustellen. Wir schleifen dieses Volk, bis es uns folgt. Wir machen, was wir wollen. Dieses Pack hat zu folgen. Wenn der Führer befiehlt, wenn Schosa tragt die Maske, dann trägst du die Maske. Und jeder Arzt, der sich dem widersetzt, den werden wir mit unerschütterlicher Härte bestrafen und in Handschellen vorführen. Aber, Schwarze, die 88-jährige Demenzkranke vergewaltigen, na natürlich, weil Alhamdulillah, die sprechen wir frei. Weil es war natürlich ein vernehmlicher Sex. Böse Zungen sagen, es gibt Denunzianten, pack, die so ein Video jetzt wieder wegen Hass und Hetze denunzieren. Aber, I don't care.